Richard Freitag, die Qualifikation ist beendet, hinter Zarten, das Wochenende ist gestartet. Wie fühlt es sich an hier im Sommer? Ja, schön. Ich fühle mich immer ganz wohl auf der Schanze und mal wieder ein bisschen deutsches Publikum. Ich freue mich auf die nächsten zwei Tage und dann schauen wir mal. Zufrieden mit den Sprüngen? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, die Harmonie, der Fluss ist wieder ein bisschen besser. Und wir haben noch zu arbeiten, aber es geht voran. Wobei die letzten Wochen ja auf einem hohen Niveau stattgefunden haben. Wie erklären Sie sich die Leistungssteigerung? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass wir einfach über die letzte Winterperiode sowie auch Sommerperiode gut gearbeitet haben, kontinuierlich gearbeitet haben und so kommt man voran, glaube ich. Wir wünschen alles Gute, ein tolles Wochenende, toi toi toi! Wir wünschen...